Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch einladen zu einem YouTube Hangout und zwar möchte ich da gerne live mit euch meditieren. Ich werde anfangs ein bisschen Input zum Thema Meditation geben, wie ich dazu gekommen bin, warum ich das gerne mache, warum ich das jedem ans Herz legen möchte, das einfach mal auszuprobieren. Und dann werden wir ungefähr so 20 Minuten miteinander meditieren. Also ich werde eine geführte Meditation machen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da direkt live einfach mitmachen. Und bei diesem Live-Event könnt ihr Meditation mal erleben. Also wie sich das anfühlt, wie es auch funktioniert, was es auch mit euch macht. Und nutzt diese Zeit einfach bei diesem Hangout zum Entspannen, zum Abschalten, um bei dir zu sein, um Zeit für dich zu haben. Also um einfach mal so eine Stunde Auszeit vom Mama-Alltag zu nehmen und dich von mir entführen zu lassen in die wunderbare Welt der Meditation. Und wir können währenddessen, also beziehungsweise am Anfang, während ich den Input gebe und gerne auch noch nach der geführten Meditation noch so eine kleine Q&A-Runde machen. Das heißt, wenn ihr nicht live mit dabei sein könnt, könnt ihr mir gerne im Vorfeld jetzt schon hier unten in die Kommentare eure Fragen zum Thema Meditation stellen. Oder dann live dabei durch die Chat-Funktion bei YouTube. Das würde mir wirklich sehr gefallen. Ich habe das Ganze datiert auf diese Woche Sonntag um 9.30 Uhr. Ich habe gedacht, das ist so eine schöne Zeit, da haben wir alle schon gefrühstückt. Wir müssen aber noch nicht Mittagessen kochen. Wir können uns also so eine Stunde am Sonntagvormittag mal für uns Zeit nehmen, eine kleine Auszeit nur für uns nehmen. Und wir sind da alle noch fit und voller Energie und aufnahmefähig und schlafen beim Meditieren vielleicht nicht gleich unbedingt ein, weil es nicht abends um 21 Uhr ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich ganz, ganz viele von euch dort live treffen kann. Auf jeden Fall speichere ich es natürlich ab und ihr könnt es euch dann auch im Nachgang auf YouTube anschauen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr live mit mir mitmeditiert. Das ist eine unglaubliche Energie. Das glaubt man gar nicht. Wenn man weiß, da sitzen noch ganz, ganz viele andere Leute in Deutschland, Österreich und der Schweiz verteilt und machen gerade diese selbe, diese geführte Meditation, dieselbe Meditation, wie ich die gerade mache. Das ist echt sehr, sehr, sehr genial. Also ich freue mich sehr auf euch. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr dabei seid oder wenn ihr nicht dabei sein könnt, welche Fragen ihr habt, die ich dann gerne im Live beantworte. Ansonsten sehen wir uns dann Sonntag. Bis dann. Tschüss.